Yasmin Tabatabai ist eine deutsch-iranische Schauspielerin, Synchronsprecherin, Hörbuchsprecherin und Musikerin. Ihren Durchbruch hatte sie 1997 in Katja von Ghanjas Musikfilm Bendits. Leben, Kindheit und Jugend Der aus dem Iran stammende Vater Yasmin Tabatabais und ihre deutsche Mutter lernten sich 1956 auf dem Münchner Oktoberfest kennen. Von 1958 bis 1979 lebte die Familie in Teheran, wo Yasmin Tabatabai die deutsche Schule Teheran besuchte. Während der Islamischen Revolution verließ die Familie das Land. Der Vater kehrte nach einem Jahr in Deutschland in den Iran zurück, wo er 1986 verstarb. Yasmin Tabatabai besitzt die Staatsbürgerschaften beider Länder. Im Buch Rosenjahre beschreibt Tabatabai ihre frühen Kindheitserinnerungen im Iran. Familie Yasmin Tabatabai war seit dem 1. Juni 2003 mit dem US-amerikanischen Musiker Tico Thamora verheiratet und hat mit ihm seit dem 3. Dezember 2002 eine gemeinsame Tochter. Im Sommer 2006 trennten sich Yasmin Tabatabai und ihr Ehemann. 2008 wurde die Ehe geschieden. Seit Sommer 2007 ist Tabatabai mit dem deutschen Schauspieler Andreas Pietschmann liiert, den sie bei den Dreharbeiten zum Special Der Tag wird kommen der ZDF-Krimireihe Rosa Rot kennenlernte. Mit Andreas Pietschmann hat sie ihre zweite Tochter, die am 5. Juli 2009 auf die Welt kam. Zusammen leben sie seit 2006 in dem ehemaligen Haus des Ministerpräsidenten der DDR, Otto Grotewohl, in Berlin-Pankow. Am 13. August 2013 kam ihr drittes Kind zur Welt, ein Sohn. Karriere-Schauspielerin Nach dem Abitur 1986 am Theodor-Lünen-Gymnasium in Planeck im oberbayerischen Landkreis München studierte Tabatabai an der Hochschule für Musik und Kunst in Stuttgart Schauspiel. Für den Film entdeckt wurde sie kurz nach Abschluss ihrer Ausbildung. Sie spielte 1992 die Hauptrolle in dem Schweizer Kinospielfilm Kinder der Landstraße, wofür sie beim Filmfestival von Amins in Frankreich den Preis als beste Hauptdarstellerin erhielt. Im Herbst 1992 bekam sie ein Engagement am Hans-Otto-Theater in Potsdam. 1995 stand sie für die Mediokränen an der Seite von Jürgen Vogel erstmals in ihrer Heimat Deutschland vor der Kamera. Den Durchbruch brachte ihr 1997 die Rolle der Ausbrecherin Luna in Katja von Garniers Musikfilm Bandits, bei welchem sie gemeinsam mit Nicolette Krebitz auch den Soundtrack schrieb und komponierte. Ebenfalls 1997 synchronisierte sie die Figur Meg in Disney's Hercules und 2007 die Ich-Erzählerin Marianne Satrapi im französischen Film Persepolis. Neben Senta Berger, Hannelore Elsner und anderen bekannten Schauspielerinnen gehörte sie 2001 zum deutschen Synchronensemble des preisgekrönten französischen Films Acht Frauen. 2006 und 2007 spielte sie bei den Wormser Nibelungen-Festspielen die Kriemhild. Im Juni sowie im November, Dezember 2008 stand sie im Berliner Theater am Kurfürstendamm in einer freien Interpretation des Bühnenstücks Drei Schwestern mit Katja Riemann, Nicolette Krebitz, Frank Folgtmann und anderen auf der Bühne. Jasmin Tabatabai spielte in Filmen von Peter Stauch, Helmut Dietl, Oskar Röhler, Xavier Koller, Angelina Makarone und Ralf Hüttner. In Die Prinzessin auf der Erbse qual der Wahl Royal, einer Episode aus der ProSieben-Märchenstunde, übernahm sie an der Seite von Matze Knopp eine komödiantische Rolle als Gundula von Natterstein. Daneben gastierte sie wiederholt in Krimi-Reihen wie Rosa Roth, Donna Leon und Kommissarin Lukas. Seit 2012 verkörpert Tabatabai in der ZDF-Krimiserie Letzte Spur Berlin die durchgehende Rolle der Kriminalhauptkommissarin Mina Amiri. Musikerin Jasmin Tabatabai war Liedsängerin der 1993 in Berlin gegründeten Frauen-Country-Rockband Even Cowgirls Get the Blues, mit der sie fast fünf Jahre tourte, drei Alben veröffentlichte und von der sie sich 1997 nach dem Erfolg mit dem Film Bandits trennte. Während dieser Zeit sang sie zusammen mit Bela B., dem Schlagzeuger der Band Die Ärzte, im Duett das Lied Geh mit mir, das auf dem Ärztealbum Planet Punk erschien. 2001 gründete sie das Independent-Label Polytrash, eine selbstironische Namensgebung. Im Frühjahr 2002 veröffentlichte sie ihr erstes Soloalbum mit dem Titel Only Love und ein Jahr später das Live-Album Only Live. Für den US-amerikanischen Spielfilm Ein Jahr wird Angels von Katja von Garnier dekomponierte und sang sie fünf Lieder zusammen mit ihrem damaligen Mann, dem amerikanischen Musiker Tico Zamora. 2003 wirkte sie an dem Benefizprojekt zum Red Nose Day für ProSieben mit und veröffentlichte unter anderem mit Nena, Ben, Sascha, Udo Lindenberg, Joachim Witt und Helge Schneider das Lied Wundergeschehen. 2005 sang sie das Stück Ich bin die Nacht, das auf dem Album Selma in Sehnsucht eingehüllt veröffentlicht wurde. 2007 erschien ihr zweites Soloalbum Iran. In jüngerem Alter war sie Rock- und Pop-Fan, verstand nach eigener Aussage nicht einmal das Gelassenheit-Betonende gesangliche Timing von Frank Sinatra im Swingstil, konnte mit Jazz nichts anfangen. Erst 2010 entwickelte sich ein Bedürfnis nach »Ruhigerem, Entspannterem, Leiserem« und damit eine Hinwendung zum Jazz. Im Jahr 2011 erschien das Album »Eine Frau« mit deutschsprachigen Liedern im Jazz- und Swingstil. Im Mai 2016 erschien das Album »Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist?« Beide Alben wurden von dem Schweizer Komponisten David Klein produziert. Auch das dritte Album »Jagd auf Rehe« wurde von David Klein produziert. Es enthält nur einen einzigen neuen Song aus ihrer Feder, zudem unter anderem neu arrangierte Lieder von Reinhard May, Franz Schubert, Hildegard Kneff, den Beatles, Annie Lennox und Nick Drake. Ihre aktuelle Begleitband besteht neben ihr aus einem Schweizer, einem Holländer und einem Schwaben. Sie sagt, »Meine Religion ist die Musik, eine universelle Sprache, die alle zusammenbringt.« Für Eigenkompositionen, sagt sie, hat sie als Zentrum einer fünfköpfigen Familie und zwei Berufstätigkeiten kaum Freiraum. Sonstiges Jasmin Tabatabai war am 23. Mai 2009 Mitglied der 13. Bundesversammlung. Sie vertrat das Land Baden-Württemberg und war von der Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen nominiert worden. Sie war mit Filmsequenzen, die auf einer Videoleinwand gezeigt wurden, in das Stück »Hexenjagd« von Dieter Wedel bei den 1866. Bad Hersfelder Festspielen integriert. Auszeichnungen 1992, Filmfestival Amiens, Frankreich, beste Hauptdarstellerin 1998, Diva, Deutscher Entertainment-Preis 2008. Deutscher Preis für Synchron in der Kategorie »Herausragende weibliche Synchronarbeit«, als Stimme von Chiara Mastroianni in Persepolis und als Stimme von Marion Cotillard in »La Vie engrose« 2012, Echo Jazz in der Kategorie »Sängerin Bundesjahresnational«.